Und mit dem Reden? Ne, der ist zu hoch. Abgeschlossen. Willst du ein Buffet? Ich nehme hier mal was mit. Ich bediene mich mal. Oha, vom Schwein. Vom Schwein, vom Wind. So, wie vielleicht hier. Hier gibt es wieder was. Vom Schwein, vom Rind, vom Ele. Ein Liebesbrief. An eine Serviette gepickt. Schau. Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Was für ein Besitzer. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rettersporn aus. Oha. Ja. Okay, wo müssen wir hin? Schauen wir hier einer. Ich finde hier keinen. In dem Trudel. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Ich meine. Wir müssen uns von den Fesseln der Form betreiben. Wir müssen uns von den Fesseln der Form betreiben. Alles gut. Nicht anfassen. Jetzt suche die Türchen mit den Erfrischungen. Die vernexte. Okay. Ach, die Türchen. Die ist aber die Melde. Die Empfängnis inwards. Ah ja. Sehr hübsch. Die ersten Schritte, Martinus. Hubschige Mädel. Die Geburt Ludovics. Das musste man natürlich sofort porträtieren. Aha. Sieht aus, als wäre ein Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Eine leere Herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre ein Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Aha. Wohin das sonst wohl führt. Sein Bruder. Nicht wieder hier rein. Da waren wir schon. Am Ende ist es der Mario, der dort auf dem Teppich schwebt. Und wenn er nicht kommt? Der kommt bestimmt. Keine Sorge. Aha. Die Tür. Lieber Bruder. Vertraue mir. Der Hälpfechter. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm. Lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme. Die würde ich überall erkennen. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren. Ich würde dich niemals verwechseln. Psst. Nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir können uns durchlassen. Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander. Angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern. Ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch. Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Schnell nach oben. Dann muss er an uns vorbei, der fliehen will. Oha. Das muss Cecilia sein. Er ermutet. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Er hat ihr die Kehle durchgegangen? Aufgeschnitten. So ein Tier. Das macht man wirklich nicht. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Orianna Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Ich hole Hilfe. Das kann ja nur schief gehen. So spät ist es jetzt würde ich mal. Du hast wirklich nicht ins Inventar. Das ist ja... Das könnte ein Fehler sein. Schade, dass wir das Kleid nicht mitnehmen können. Das wäre lustig. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Der ist da noch. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getrieben. Er muss diese Leiter benutzt haben. Ich hoffe, wir können ihn so bewältigen, ohne Waffen und ohne Rüstung. Er könnte noch ihr sein. Ich sollte aufpassen. Ja, vor allem ohne Rüstung. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. So viel werden nicht damit kollidieren. Blutflecken. Viele wertvolle Gegenstände. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehabt haben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen. Wahrscheinlich geht es da bei der Tür. Der Wandleuchter ist verbogen und blutgeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Bei der Tür da drüben die zweite. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ein leeres Tippenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf. Und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da. Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Aha. Pass auf, Kira. Dürfen, 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 Dürfen. Dürfen, Dürfen, Dürfen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir. Also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... Viel aus dem Fenster. Genau. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Das ist wohl so. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Hm. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Aha. Das entspricht doch genau dem Übel. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser, zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Duntin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Dürfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier, wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biestes stecken, sondern auch den Saint-Réal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Fantastisch. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen, dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es, es könnte auch ganz was anderes sein. Aha. Erleicht uns. Meine Schwester Sianna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie, sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verwandten sie aus dem Herz umtun. Erklären wir das. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Privalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Zianna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder er zurückgeholt? Das ist meine Schwester ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Wo fliegen wir sie? Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Zianna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Flucht der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Ich glaube, es hilft gar nicht, was zu verstehen. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Zianna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Zianna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbanden sie sie aus dem Palast. Vor über zehn Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Cianna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung. Du in Bucleia? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef von der Ehretheil. Er stammt aus Nasserir. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier, bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Ruhezeiten könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar... Freunde? Ähm... Ich kann mich nur auf wenige so sehr verlassen wie auf Regis. Hoffentlich denkt er das auch von mir. Seltsam. Gegensätze scheinen sich wirklich anzuziehen. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Hm. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer. Wenn sie wüsste. Wie kannst du meine Neugier stillen? Wenn sie wüsste. Wie ist es, einem Monster gegenüber zu stehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Hm. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Das ist keine Entschuldigung. Es gibt immer einen anderen Weg, eine andere Lösung. Man kann sich Hilfe holen. Diese anderen Lösungen kommen oft zu spät. Du weißt, dass es Männer und Hexer gibt, die weitaus Schlimmeres getan haben, um ihre Liebsten zu schützen. Stimmt's, Geralt? Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Okay, cool. Oder ist zumindest versucht. Let's get it. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Ich hoffe, dann gibt es keine, keine toten Prozessen. Die toten Herrscher. Eine außergewöhnliche Unterhaltung findest du nicht an. Herzogen. Ja, sorry. Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlev einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlev ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und in niemanden mehr umbringen musst. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Bis er die Auftragsmutter an der Königin, an der Herzogin getan hat. Was er gerade vielleicht vor hat. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Duntin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlev davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlev hierbleiben, wenn ich nach Duntin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut. Ich kümmere mich um Detlev. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlev. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis. Galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe. Sie ist unschätzbar. Gerelt, begleitest du mich hinaus? Du hast besondere Freunde. Dieser Detlev, ein wirklich interessanter Mann. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Mhm. Ich muss nach Dun-Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delacour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Ah, ja. Buch die Erüberung. Trifft dich nach Mitternacht mit Damien in den Mühle des Grafen Delacroix. Ah, ja. Ich fürchte, das heißt, ich fürchte, ich hoffe und ich wünsche es, dass sie noch einiges passieren wird. Das ist die 10. Und welchen der Wort. Also 1, 2 Streams gehen wir damit bestimmt noch voll. Neu, die Quest. So, ja. mit Charakterpunkt, den wir ausgeben können. Geben wir mal hier für uns. Dann würde ich gerne die Rüstung da anziehen. Sehr schön. Die Musik sitzt passend ein. Na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle bevor wir in die nächste Quest einsteigen. So ist das für heute gewesen sein. 3. 3. 2.